Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblack Chronicles. Wir haben im letzten Part ein paar kleine Nebenaufgaben gemacht und uns wieder hier zur Festung begeben. Und wollen als erstes erstmal die Groschen Hainis hier kaputt machen. Drauf da. Äh, erobere den Dolgarn-Posten. Weißer Purson. Besiege weißen Purson bei den Dolgarn-Posten. Äh, okay. Worum auch immer wir jetzt plötzlich diese Groschen bekommen haben. So, dann machen wir so. Oh nein! Ich hab das andere vergessen. Ups. Klaffen wir mal, gar keinen Schaden. Hier, klaffen wir den an. Oh shit. What? Okay, du machst mal. Mach mal keinen Schneidestärke runter. Zock Blutung. Ja, mach doch immer das. So, wieder kann ich dann weglaufen. Ah, jetzt soll ich mich aus dem Fokus verloren. Nice. So, stirb einfach. Ich kann auch einfach weit weglaufen. Auch gut zu wissen. So, so lange der da oben nicht kommt. Das ist erst mal ganz gut. Die machen wir hier. Ne. Das da wollte ich haben. Genau. Ich will dann auch mal ein bisschen mehr Schaden machen. Oh nein, komm schon. Schalk, beeil dich. Oh mein Gott, war das knapp. Oh, hier ist noch einer. So, sehr gut. So, so fehlt kein Dreck wieder ready, wenn wir den nächsten angehen. So, wir werfen mit dem Stein. So, wir kämpfen hier draußen. Aber ich weiß nicht, ob da drinnen noch jetzt ein großer Gegner ist. Mit dem wir es erstmal nicht anlegen wollen. Okay, das wollte ich noch machen. Hey, hör auf mich zu hauen. So, sieht auch schon ganz gut aus. Toll. Jetzt schmeißt den nun. Ja, der ist da. Sehr gut. So, jetzt weiß ich nicht. Was erwartet mich da drinnen? Patrouilliert doch einer, oder? Sogar nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass jetzt hier ein Weg eingeht, hier hinter. Wenn da irgendwas ist, aber... Was ist dahinter? Ich muss da hin. Oder ist das über mir? Das kann natürlich sein. Das ist eine Art Schalter. Okay. Ja, dann. Hier. Komm mal drauf. Machen wir das so. Nein, nein. Erhört sich zu bewegen, du blöd Mann. So, jetzt müssen wir aber nach oben. Aber ich guck erstmal, was das hier macht. Ah, die Energie für das Tor, perfekt. Und da oben sollen wir auch noch hin. Machen wir. Nein. Oh, abgehalten. Oh, abgehalten. Sehr gut. Machen wir mich erstmal eh kalt. So, den Angriff hier lasse ich mal weg. Oh, Salamanlagen überall, ne? Letzend. Direkt Verstärkung. So, was haben wir hier? Oh. Nehme ich. So, ich könnte den hier wegpullen. Dann müssen Funktionen... Nein, kann ich nicht. Okay. Shit. So. Was passiert jetzt? What the fuck? Wie viel Schaden. So, du machst mal das. Alter, der Schaden gerade. So, machen wir das nochmal. Einhand mit Down? So sieht das aus. Warum kann ich keine Fehlkette mehr nutzen? Hallo? Was ist denn jetzt passiert? Alter, der Schaden. So, Römer, du machst. Tricks Stärkung. Ich habe mir irgendein D-Bus drauf gehabt. Kann das sein? Irgendwas haben wir doch drauf. Das gibt es doch nicht. Ich darf keine Fehlkette mehr nutzen. Was ist das meinst du? Ach so, weil ich den falschen Target hatte. Oh mein Gott. Nicht doof. Das ist mein ... Ich ... Ich weiß nicht. Ja, läuft bei ihm. Äh ... So, äußer Pursum. Kannst du Schadam holen? Blödmann. So, die anderen beiden sind... NEIN! Ah! So, hier, machen wir das. Oh, shit. Danke. Alter, ist ja stark. Alter. Stirb bitte. Autsch. Ops, machen wir das? Oh nein, oh nein, der haut uns. That was too much. Jaaaa! Vielleicht noch ein bisschen mehr. Was hab ich überhaupt? Ah, geil. Mach bitte das da, oder so. Ja, der haut uns einfach drauf. Alter, ist der stark. Warum? Heftig. Wenn ich diese One-Hits nicht verteilen würde, wäre das ja alles kein Problem, ne? Aber, so? Ah, shit, ey. Nein, nein, nein. Das kann doch erstmal. Nein, nein, nein. Fühl zu früh. Komm schon. Aber ein bisschen Training, ne? Ja, wir sind Level 46 und sind schon alle 47. Äh, nicht ganz so geil. Kannst du mal die Akku wegnehmen? Hier. Dann, dann. Machen wir was. Ah, ich hab das vergessen, ne? Kann das sein? Okay. So, dann. Was willst du noch? Toll. Warum bewegt er sich immer? Okay. Ist er direkt tot? Nein, sogar nicht. Oh. Ich sehe das erst, dass er fast tot ist. So. So. Oh, ob das so clever war. Egal, ob das. Ähm. Kannst sagen. Was passiert jetzt mit ihm, aber? Wir haben ihn gerade so noch fertig kaputt gekriegt. So. Auf jeden Fall ein gutes Training. Hm. Fail. Egal. Komm. Ist gut einer. Ich vergesse das immer wieder, die zu passen. Oh. Und sie hat das jetzt nicht abgekriegt. Nee. Klapp nicht. Mist. Alter, dieser Schaden ist so krass. Okay. Mach mal das mal. Perfekt. Dann machen wir das direkt auf. Okay. Jetzt sind wir auch schon mal Level 47. Die anderen beiden holen gleich auf. So. So. Warum schon wieder auf mich? Dann Mann, tu doch mal was. Okay. So. Jetzt möchte ich den Oma trotzdem noch mal probieren. Wenn nicht, dann, äh, ja, sterben wir halt nochmal. Ich bin an meinem, was können wir theoretisch schaffen. Äh. Ja. Wieso rennt das Ding denn jetzt schon los? Bin mal weg. Hahaha. Hubs. Oh. Doch kein Hubs. Wo muss ich überhaupt hin? Oh, die gehen erstmal dahin. Dann verfolgen die mich denn? Na. Na. So. Das war's auf. Wollen wir die da verprügeln? Ah, wir haben hier noch ein paar mehr. So. Beide haben einen Waff abgefickt. Gut. So, erkenne mich dann in der Zeit wo wir uns lassen. schon mal. Ein bisschen Wut aufzudrinken. So. Wollen wir mal direkt nochmal drauf fahren. Ist eigentlich egal wie nicht waffen. Äh, heile. 48, ey. Oh Mann, oh Mann. Ja, hau auf. So. Wir müssen trainieren, es tut mir leid. Wir müssen trainieren, es tut mir leid. Wir müssen trainieren, es tut mir leid. Oh shit, der Große kommt. Ich muss hier weg. Ne, er dreht ab. Sehr gut. Boah, wir wären so tot gewesen. So, jetzt sollten wir gleich nochmal unsere Fähigkeiten angucken. Vielleicht haben wir ein bisschen was geschafft. Ja, wir haben einfach weiter drauf. So. So. Jetzt hast du eine Chance wieder. Ah, komm schon. Komm schon. So. Ach, danke. Er hat gerade so gereicht. So. Ich vergesse immer meine Leute zu waffen, wenn wir gegen Meckern kämpfen. Das ist irgendwie dumm. Von mir also. Ah, shit. Wir machen einfach null Schaden dann. Na, Kampf. Aha. So. So, hier zwischen. So. Jetzt dürfen wir. So. Kann ich ihn jetzt befehlen? Nee. Schade. Jetzt habe ich mich jetzt direkt die anderen Angriffe hinterher gesetzt. Dass ich das hier nutzen kann, aber... Oh. Schärfst du ja trotzdem. So. Nach uns noch ein bisschen. Okay. So. Wir können es ja relativ gut behaupten, muss ich sagen, aber... Ja. Wir sind leveltechnisch doch schon ganz weit oben. So. Ey. Finder. Noch irgendein paar Gegner zum Leveln? Nein. Schade. Mal hier. Ja. Schade. Kör. Also. Schade. Das ist wichtig. Schade. Schade. Alter, alles für eine geile Kombi wollte ich sagen, aber ich meine, ja, so Gutes Timing So Ich habe es eh tot, hier Und tschüss Ist der da neu? Offensiv meckern Komm schon, komm schon, Schalke Danke Wollen wir jetzt mal zurück, weil man kriegt die Wut ja eh nicht zurück Moment, aber noch einer, ne? Ja So Nein Ach, Mist, ey Hat sich gerade so wieder weggedreht Alleine können die gar nicht so viel Oh, nein Oh, ein Dreier-Team Was ist das da für ein Ding? Ja, komm So Wir haben die Form bewertet Äh, den So So Ist noch Ach, schade So, halten wir uns mal kurz selbst So Der ist jetzt schon so viel tot Ja, danke Oh, der ist das down Perfekt Perfekt So So Dann Oh Fehlt noch der kleine hier So Pass auf Oh, wie passend Down Ja, ich würde gerne noch ein bisschen mehr trainieren Einfach nur mehr trainieren Weil dieses Teil kommt mir ganz schön stark vor Ist oben, ne? Ist abfahren Ich glaube ja Uh, da hinten ist noch eine ganze Gruppe Nice Die beiden noch mit Aber Erst beim nächsten Mal Weil jetzt werden wir erstmal hier bänden Hier mit keinem großen hier rumwatschelt Alter Hier ist der Eta-Fluss überall, ne? Krass Äh Ja, wir bänden hier Und dann bis zum nächsten Mal Ciao Dann bis zum nächsten Mal Ja, wir bänden hier Ja, wir bänden hier Ja, wir bänden hier Und dann bis zum nächsten Mal Vielen Dank.